Wir schreiben das Jahr 2014. Fünf junge Musiker machen sich auf den Weg, die Weltherrschaft an sich zu lassen. Okay, wohl etwas übertrieben. Fünf junge Musiker machen sich auf den Weg, den Mythos von Magerfahrer Erika in die ganze Welt hinaus zu tragen. Ihr zu zeigen, wie es möglich ist, mit einem Woppet die Reise zum Mond und zurück zu bewältigen. Und um sich darüber aufzukehren, weshalb es kein Bier im Paradies gibt. Es ist soweit. Die Habemus-Tour kommt ins Rollen. Denn wir sind Tegelproleten, komm mit uns in die Nacht. Wenn wir Feuer, sauf und singen, bis das der Tag erwacht. Denn wir sind den Baggerfahrer Erika, hat dir was zu sagen. Ganz gut, Baggerfahrer Erika, stellt dir keine Fragen. Baggerfahrer Erika, hat deine Fresse satt. Eilig aus, Keiserslautern. Leidig ins Bruch. Komma, Großheit. Leidig ins Bruch. Und auch ihr seid ein Teil davon. Manche wird man wiedersehen. Doch der Großteil muss wieder gehen. 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 cheat